Darf ich Sie bitten, öffnet Ihre Augen. Wir befinden uns im LAKAGE AUF VOLL! In LAKAGE AUF VOLL geht es um die Liebe in all ihren Facetten und um die Möglichkeiten, die man in der Liebe hat und um die Freiheit, die Liebe so zu leben, wie man sie leben möchte. Ich bin bereit! Musik! Ich glaube, das Besondere an diesem Stück ist, dass es auf so vielen Ebenen funktioniert. Es ist eine gute Boulevard-Komödie, es ist ein schönes Musical, aber es hat vor allem dieses Herz. Es ist eben sehr komisch, sehr traurig und einfach sehr beschwingt. Man geht definitiv besserer Laune aus dem Stück raus, als man reingegangen ist. So ist es. Papa, ich heirate! Oh! Diese Teller sind ja reizend! Und diese jungen Menschen! Spielen, mein Herr Nadio? Wahrscheinlich Geistesgrade! Sie werden zum Cocktail hier sein morgen! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ich fühle mich zu schweren und schärmend im Alltag. So wie ein falscher Springer, wenn ich sein muss. Mesdames und Messieurs, einen warmen Applaus für die Pustertanzkapelle Levent der Töhring! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 2, 3, 4, 5, 6, 8! 3, 5, 8, 8! 3, 5, 6, 8! 5, 7, 8, 9, 9, 10! 3, 6, 8, 11! 4, 5, 9, 10! 5, 8, 10! 4, 5, 8, 11! Ja!